Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, 2. Bundesliga 2023-2024, 29 Spieltag, Kräuterfurt gegen Kaiserslautern, Entgibnis 2 zu 1. Startelf, Kräuterfurt, Ulbricht, Gretz, Jung, Geiselmann, Astar, Wagner, Kunzbach, Meduver, Harkota, Sepp, Frebeni. Startelf und Kaiserslautern, Hebelmann, Zemeach, Elvedi, Tomiak, Buchholz, Karl Lodsch, Neuhaus, Tarche, Ritter, Ubakou, Ache. Das war's von Kräuterfurt gegen Kaiserslautern, 23.24 Uhr.